Hi, ich bin die Paulina und ich spiele die Rolle Lucy bei Terebus und das Dach und ich zeige euch heute meinen Tag am Set. Hier sind einmal die Pferde und dann geht es da hinten auch schon zu den Trailern, wo zum Beispiel Maske und Kostüm ist und das zeige ich euch jetzt mal. Ah, hallo, hallo. Genau, da muss hier die Maske, da gehe ich später auch noch rein. Und dann ist da hinten das Kostüm, aber zum Umziehen haben wir dann immer so Trailer, da ist dann ein Sessel drin und eben die Klamotten und da können wir zum Beispiel auch in den Pausen hingehen. Aber ich gehe in der Pause eigentlich lieber vor zur Basis, wo alle anderen auch sind und das zeige ich euch jetzt mal. Da vorne ist dann eben das Catering und da sind eben dann Sitzplätze, da sitzt man zum Beispiel in der Pause zum Essen. Ja, und da warte ich, bis ich anfangen kann in die Maske zu gehen oder dann zu drehen. So, ich gehe mich jetzt um und normalerweise bin ich meistens auch in einem von den Trailern, aber heute habe ich eine eigene Ferienwohnung zu umziehen, weil so viele Schauspieler da sind. Eine eigene, du hast die Ferienwohnung bekommen. Oh, jetzt lassen wir mal das da hier aufstehen. Ja, und da nehme ich euch jetzt mal mit. So, das ist jetzt ein fertiges Rauschfeld. Das Hemd, das nehme ich jetzt aber mal mit, weil das ziehe ich beim Essen drüber, dass keine Flecken auf mein Kostüm kommt. Wir gehen jetzt in die Maske und da wird meine Frisur gemacht und ich werde ein bisschen geschminkt. Wir sind jetzt fertig und jetzt gibt es wahrscheinlich erstmal bald Mittagessen und danach wird endlich gedreht. Dankeschön. Sieht doch super aus. Dann gehe ich jetzt essen und wir sehen uns später wieder. Ich wurde jetzt gerade verkabelt, das heißt, ich habe jetzt ein Mikrofon dran bekommen und jetzt gehe ich zur Textrube, da wird jetzt die Szene schon mal gemütet. Achtung und bitte. Na, hat alles gekladet? Ja. Hey, warum gehen wir nicht ausreiten nachher? Hast du Lust? Ich habe halt eigentlich schon was vor. Wie bitte? Was denn? Pissklappe. War das Smoky, der Inshar? Das weiß ich nicht. Aber das machen wir eh mehr. Zwischen den Szenen haben wir meistens immer ein bisschen Pause oder wenn Umbau ist zum Beispiel. Und dann kann man sich was zum Trinken machen. Steht immer da. Oder auch was Leines zu essen. Mani! 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 Ja, fein. Fein, fein, fein. Ja, fein. Ja, fein. Er ist so süß. Der ist noch voll klein. Der Drehtag ist jetzt vorbei. Ich fand den sehr schön. Ich hoffe, ihr auch. Wir kriegen immer am Ende vom Tag dann noch eine Disco, so heißt es. Da steht dann drauf, wann wir am nächsten Tag wieder da sein müssen, was für Szenen gedreht werden. Und, genau, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Wünsche, dann könnt ihr sie ja mal in die Kommentare schreiben. Amen!